Das Truthun ist eine in Nordamerika beheimatete Art der Truthuner. Es wird auch Wildtruthun oder Wildes Truthun genannt und ist die größte Art der Hühnervögel. Bereits von indianischen Völkern wurde es domestiziert und ist somit die Stammform des Haustruthuns. Merkmale Ausgewachsene Truthähne erreichen im Stand eine Höhe von 1 Meter und ein Gewicht von 10 Kilogramm. Hennen sind etwas kleiner und sehr viel leichter. Das Gefieder ist dunkelbraun und schwarz und hat vor allem beim Hahn einen metallischen Schimmer. Hals und Kopf sind unbefiedert. Die Gesichtspartie und der Scheitel sind hellblau, Hals und Kehle blassrot. Ein roter Hautlappen, der 6 bis 8 cm lang wird, entspringt beim Hahn zwischen den Augen und hängt quer über dem Schnabel. Alle Hähne und 10% der Hennen haben zudem einen borstenartigen Federbusch an der Brust, der 10 bis 25 cm lang wird. Zur Brutzeit werden die Farben der nackten Körperpartien leuchtender und können auch wechseln, sodass sie dann weiß oder türkis werden. Truthühner können ein Alter von 10 bis 12 Jahren erreichen. Verbreitung und Lebensraum Das Verbreitungsgebiet reicht vom Südrand Kanadas über die USA bis in den Norden Mexikos. Truthühner gibt es wild in drei kanadischen Provinzen, 49 US-Staaten und sechs mexikanischen Bundesstaaten. In den USA fehlt es nur in Alaska, auf Hawaii kam es nicht natürlich vor, wurde aber durch den Menschen eingeschleppt. Ausgewilderte Bestände gibt es auch in Australien und Neuseeland. Der Lebensraum sind Wälder mit dichtem Unterholz und großen Lichtungen. In Mitteleuropa gelangen über mehrere Jahrzehnte Ansiedlungen, allerdings mussten die Populationen immer durch Hilfsmaßnahmen unterstützt werden. In Niederösterreich gab es zwischen 1880 und 1940 größere Brutpopulationen, die mehrere hundert Individuen umfassten, die jedoch nach der Einstellung der Hege im Zweiten Weltkrieg hascht zusammenbrachen. Eine Neuansiedlung scheiterte sowie auch die elf Versuche, mit denen zwischen 1953 und 1993 in Deutschland Truthühner angesiedelt werden sollten. Eine Ansiedelung im Oberrheingebiet erreichte einen Höchstbestand von 300 Individuen, 1997 gab es jedoch nur zwölf Individuen. Im Kreis Wesel gab es in den 1960er Jahren 200 bis 250 Individuen, 1977 lebten jedoch nur noch ein Männchen und vier oder fünf Weibchen. Den größten freilebenden mitteleuropäischen Bestand gibt es in Tschechien, wo es 1988 noch 530 Individuen gab. Die früheste Erwähnung von ausgesiedelten Truthuhnbeständen in Deutschland beschreibt den Zeitraum von 1698 bis 1732. Es ist allerdings nicht erwiesen, ob es sich dabei um Wildtruthühner oder um domestizierte Tiere handelte, Lebensweise. Da die Lebensweise mit der des Verwandten Pfauen Truthuhns weitgehend übereinstimmt, wird diese im Artikel Truthühner beschrieben. Kulturelle Bedeutung Schon für die indianische Bevölkerung war das Truthun von überragender Bedeutung. Vor der Ankunft der Europäer lebten mehrere 10 Millionen Truthühner in Nordamerika, mancherorts mit einer Dichte von 80 Individuen je Kilometer Quadrat. Indianer nutzten vor allem das Fleisch, aber auch die Federn für Kleider, Schmuck und Befederung von Pfeilen. Nach dem Weißwedelhirsch war das Truthun für die indianische Bevölkerung Nordamerikas das meistgenutzte Tier. Die Domestikation wurde ebenfalls durch die Indianer geleistet. Haustruthühner gab es im Südwesten der späteren USA sowie im Norden Mexikos. Die Indianer des Nordens und Ostens haben Truthühner hingegen nie domestiziert. Wo die Domestikation erstmals stattfand, ist umstritten, sie mag im Zeitraum zwischen den Jahren 500 und 700 erfolgt sein. Bereits der Konquistador Hernán Cortes brachte nach seinem Feldzug gegen die Azteken Haustruthühner nach Spanien mit. Von dort verbreiteten sie sich über ganz Europa. Die Europäer, die später Nordamerika besiedelten, brachten Truthühner wiederum zurück, sodass viele Haustruthühner im Norden der USA auf Vorfahren zurückgehen dürften, die in Europa gelebt haben. Zu Thanksgiving ist das Truthun das traditionelle Gericht in den USA und Kanada. Bedrohung und Schutz Die nach etlichen Millionen zählenden Populationen von Wildtruthühnern erlitten nach der Besiedlung Nordamerikas durch die Europäer einen kompletten Zusammenbruch. Schuld daran waren die zunehmende Abholzung der Wälder und Ausdehnung landwirtschaftlicher Monokulturen. Vor allem aber die zügellose Bejagung der Tiere. Ende der 1940er Jahre gab es in ganz Nordamerika nur noch etwa 130.000 Truthühner, die sich vor allem in Berg- und Sumpfwäldern verbargen. Ab 1960 besserte sich die Situation des Truthuns. Dies hing mit effektiven Schutzbemühungen zusammen und mit einer wachsenden Landflucht der Bevölkerung. Die Truthun-Farm wurden aufgegeben und wurden anschließend von Strauchwerk überwachsen. Wodurch sie geeignete Truthun-Habitate wurden, gab es wieder drei bis fünf Millionen Truthüner-Namen. Zur Etymologie und zu weiteren Namen siehe Truthüner-Sonstiges. In den 1950er Jahren wurden in Gefangenschaft mit Weibchen einer bestimmten Rasse gezielte Versuche unternommen, durch Parthenogenese Nachwuchs zu zeugen. Im Jahr 1952 konnte in 16,7% der Parthenogenetisch erzeugten Eier eine Entwicklung festgestellt werden, bis 1959 konnte diese Rate auf 41,7% gesteigert werden. Von insgesamt mehr als 42.000 Parthenogenetisch erzeugten Eiern kamen 67 zum Schlupf, ausnahmslos Männchen. Von diesen Küken überlebten jedoch nur wenige bis zur Geschlechtsreife. Die so entstandenen Nachkommen sind durchweg männlichen Geschlechts, da sie durch Verdopplung haploider Zellen entstehen. Die resultierenden Zellen können von den bei Vögeln geschlechtsbestimmenden Chromosomen W und Z nur die Kombination W-W oder Z-Z tragen. Wovon nur die Variante Z-Z überlebensfähig ist Unterarten. Gewöhnlich werden sechs Unterarten des Truthuns anerkannt. Melo Agris Galopavo Silvestris Viejo 1817 Östliche Unterart Östliche USA und Südost Kanada Melo Agris Galopavo Osceola Scott 1890 Florida Unterart Melo Agris Galopavo Intermedia Senet 1879 Rio Grande Unterart USA und Nordmexiko östlich des Golfs von Mexiko Melo Agris Galopavo Merayemi Nelson 1900 Meriams Unterart Südwestliche USA östlich von Intermedia Melo Agris Galopavo Mexikaner Gut 1856 Gultz Unterart Pazifische Küstenregion Nordmexikos Melo Agris Galopavo Galopavo Linnaeus 1758 Südmexikanische Unterart Pazifische Küste Entklapp